Ja, das Problem ist, dass Joker ready ist, du nicht. Ich bin halt die gewesen. Also von mir unten waren drei, waren drei Striche, also einer hat noch gefehlt, aber es waren bei beiden, aber bei beiden waren es keine Häkchen, also bei euch beiden nicht. Echt? Also, hä? Naja, ist ja egal. Ist doch egal. Nicht wundern, das ist einfach Dead by Daylight. Dead by Daylight hat keine Bugs. Das sind Features. Das sind Feature-Bugs. Genau. Click. Ja, wenn ich mal so gucke, du hast mir, Ivi, du hast mir echt insgesamt schon 436 Bits sketchiert, ne? Insgesamt. Insgesamt, ja. Wow. Und jetzt im Text, ja, 436, richtig. Wow. Fertigung ihrer Zahlung. BTF. Oh, 3Ds Lieblings-Map. Juhu. Oh ja, jetzt Trapper und ich Liebe. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, wir haben die Sägerin. Ich glaube, wir haben die Sägerin. Plötzlich geht so eine Säge an. Was denn? Wo hast du den Gesang gehört? Das frage ich mich jetzt nicht. Ich höre öfter Gesang. Ja, von dir. Glaube ich nicht. Kommt er wieder zurück. Entschuldigung. Mach was schon. Ich habe da so ein rotes Problem am Arsch. Ja, ich habe es schon gesehen. Wieso? Komplett Prestige oder was? Also wie der Säger ist interessant. Diabolos. Interessanter Name. Tri Diabolos. Du hast Sorgen? Wow. Hat der Palette gekriegt am Popisch. Jetzt hättest du auch die Sekunde jetzt noch durchziehen können, du Nudel. Oh Mann, ich hätt... Ein Millimeter hat nur gefehlt jetzt. Nichts ist gerade. Sag mal, was macht ihr da? Ich heil mich. Also ich hab den schnell... Ich hab den lang genug hingehalten. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ja, Generators. Wer lässt mich fallen. By the way. RIP. Oh, Alter! Das voll kam erschreckend. Oh nein, nein, nein. Lass mich hier nur... Well. Du musst wirklich nur noch angetippt werden, ne? Jupp. Der hatte mich fast durchgehalten. Ich war fast wieder oben gewesen. Kann der Billy nicht mehr herkommen und mich nicht mehr sehen? Also er hat definitiv auch Deerstalker drin. Mal zu nebenbei. Er wusste instant, wo ich bin. Ja. Erregung. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und unterbricht andauernd, wenn ich wickele. Nice. Komm, instahill. Instahill. Geh weg. Weg, weg, weg. Ja, der hätte mich nicht fallen lassen dürfen. Das war sein Fehler. Ja. Dadurch konnte ich mich frei wickeln. Ich hab's jetzt irgendwie jetzt so leicht in amerikanisches Flankring. Weg, 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 weg. Ja, genau. Wow, wir haben noch nicht einen Gen, ne? Ja. Nein, er ist hier auf 95 hier. Ich fach den gerade durch jetzt. Jupp. Wickel, 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 wickel. Ja, geht dem Joker hinterher. Du, du, du. Du, du, du. Nice. Oh, hier ist auch ein. Ja, Borrowtime, baby, Borrowtime. Also mein Borrowtime wäre dann damit verbraucht. Ich weiß zwar nicht, warum, aber... Weil es war kein Hardbeat, als ich hier runtergeholt hab. Sehr cool. Wow, wo ist der mit dem hin? Wow. Ja, er hat ihn abgeschwirt, damit. Ja, jetzt dahin rennen, bringt nix. Der sagt uns dann wieder nur alle lieber um. Hi, Trini. Hi. Bist du von ihm weg von dem, der liegt? Ich lauf gerade von ihm weg. Das war voll gewastet, Alter. Das macht ja nix. Ist er noch hinter dir, ja? Die ganze Zeit, ja. Sehr gut, das muss man ja wissen, dass man ihn vielleicht auch mal aufheben geht. Das könnt ihr gerne mal machen, ja. Ich glaub, stun mäßig bin ich ganz gut dabei, in diese Runde. Da ist so nice. Hey, da war das knapp. Ulter Schwede. Der Typ muss mich hassen ohne Ende. Der sägt die ganze Zeit so knapp an mir vorbei. Es ist aber nicht mal hinter dir, ne? Ne, ne, ich glaube... Lauf rechts, Lauf rechts. Ist wieder da. Ah, da ist wieder da im Mist. Glaube ich. Oh! Ja, ist wieder da. Fuck! Das ist mal gefällig und der andere geht erstmal laufen. Geh weg! Geh weg! Oh nein! Oh, facecats incoming oder wie? Ach, Quatsch. Da nicht dafür. Äh, dafür war das noch echt zu harmlos. Also, bin ich schon mal nicht Keller. Ne. So, ich mach mal einen Jen an. Okay. Brumm, 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 brumm. Also, er ist nicht hier. Ich hab keinen Abbild. Gar nicht. Ja. Ja, ich... ...hab hier bei mir so ein bisschen... ...leichten. Willst du mich nicht teilen? Äh, seck zurück. Das schaffen wir. Wenn nicht mal Heartbeat. Easy. Easy. Easy, Evie. Läuft er mir hinterher? I don't know. I don't know. I don't know. Erstmal einen Jen suchen. Oh. Oh, grad fragen hat irgendjemand einen Jen am Mann? Nö. Aber ich hab einen Killer bei mir in der Nähe. Nein! Oh, Evie. Ich hab mich falsch versteckt. Ach was. Hier ist ein Jen, der, den er gehauen hat. Ich wegel, 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 wegel. Ich hab nicht. Geh weg. Ho up. Und er rennt hier hinterher instant. Gut. Nur, dass da niemand mehr ist. Die anderen sind alle Meilen Arsch weit weg. Ja, ich bin jetzt auf der anderen Seite der Map Extra. Mit ihm am Arsch. Du, hängt direkt neben dem Ausgang. Ja. Ja, tu ich. Er hat von mir abgelassen sowieso. Er ist ausbiet. Er kommt, er kommt. Achtung, er kommt, wer auch immer da kommt, er kommt. Ich hab Heartbeat. Er ist bei mir. Sorry, er hat von mir abgelassen. War eigentlich zu erwarten, dass er jetzt von dir nicht mal wirklich weit weg geht. Ich hab auch kein Dings mehr. Borrowtime mehr. Ach, da ist gar keine Palette mehr. Oh, mein Gott. Wow. Ähm. Wow. Oh, der Haken ist da jetzt frei, ne? Ja. 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 Der bringt mich zum anderen Haken. Ach so, der ist direkt einer daneben aus. Wow. Es sind zwei Haken. In Sichtweite. Ich kann den anderen Haken von dir sehen. Bleib doch stehen, Mensch. Okay, er ist intern weg. Er kommt jetzt zum Ausgang. Ich sehe ihn zumindest. Ich probiere es nochmal. Jetzt ist er. Ich hätte noch Borrowtime. Das habe ich eben auch versucht. Das schafft er nicht. Wohl einer könnte es schaffen, derjenige, der da vorne ist. Tridis ist da wohl. Das ist der Tridi. Problem ist, wegen dem Heartbeat. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist jetzt wieder vor mir, ja. Er geht ums Haus rum. Wo ist er denn lang? Ich habe das eine, wo ich nur aufstehen kann. Scheiße. Was? Das ist gut gesagt. Das ist bei mir. Okay. Gute Nacht, Welt. Nee, ich schraubere ich gerade. Ich kipp mich, aber noch Borrow. So ist es nicht. Da ist der, der, der Bill ist da. Wow. Was? Sie, sie, scheiß. Das ist ein Dekker, Welt. Das ist ein Dekker, Welt. Das ist ein Dekker. Ich sehe nichts mehr. Das ist ein Dekker, Gemma. Hahahaha Scheiße Hast du mich nicht vorbeiflitzen sehen? Dich? Ja, mich Ja doch, hab ich, das war ja auch beabsichtig Ach, Gliedi Mit Geller, vergiss es Ach ne, wird doch kein Geller Aber ich kann mich nicht selber heilen Oh Mann Ja, er hat auf jeden Fall nur Scall drin Kommt zum Ausgang Ja, äh, 2 Ach, ich häng das erstmal an Oh nein What? Ich probier's einfach mal Yes! Lauf, dreh die raus Ich bitte dich, lauf raus Oh, er lasst mich fallen Äh Feichling, Feichling, Feichling Feichling Das wäre eventuell deine Chance rauszukommen Ich versuch's Ja, und das unterbricht Siehst ja, der unterbricht andauernd das Wigglen Guck's dir an Alter, 4% Mann, ey Raus, 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 bevor er dich aufheben kann Nice! Geschafft! Wow! Wow! Ja, so ein Pech aber auch, ne? Ja, er hätt mich nicht fallen lassen müssen Er, er hat nen Pip Also, ich weiß nicht, ne? 24.000 Punkte gemacht Äh, beim Killer